Red Rock, unser Motilio an meiner Rechten. Und wir schauen jetzt, was für die Regen heute rauskommt. One Hand. Okay, der Feelboy. Jeder darf nur eine Hand benutzen. Sollte er die Hand auf dem Boden haben, wird das die Jury sehen und das natürlich auch abziehen von den Punkten her. So, alles klar, Big Tony. Du darfst heute nur mit einer Hand. DJ geht's. Also die Runde. Nein, alles klar. Du bist raus. Nein, nur eine Hand. Auch kein Wechsel. Doch, Wechsel schon, aber es soll schon eindeutig mit einer Hand sein. Okay, Judges haben gesagt, kein Wechsel, nur eine Hand. Okay? Sorry. Ja, okay. Alles klar, DJ Big Tony, let's go. Can't you see? It never's. What's happening? Die. Ja! Woo! Ja! Jah Struisions! Ja! Ja, ja. D-Boy, weiter. Two groups, two groups. Ja, nice. Okay, be on board, be my site. Ja, 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 ja. Los geht's! Ja! 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 Okay, alles klar? 3, 2, 1, decision. Okay, Sankofa, erste Runde. Und die nächste Regel ist... Night Date. Das letzte Mal, das Hand. Okay. Hey, Konsti kennt das ja von der Anniversary Jam. Alright, Big Tony, mach mal ein schönes Sleep für ein Blind Date. Wie war Konsti? Nice. 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 Red Rock, Red Rock, Red Rock. Red Rock, Red Rock. 17. Groove Groove. Komm schon, Binnen. Komm schon, Binnen. Okay. Wir zählen alle zusammen runter! Drei! 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 Das ist unser Koffer für die nächste Runde! Applaus für True Crew!